Musik Musik Ja, heute nur an Sebastian Bach im Moment des glücklichen Musikerischen Stützes. Zu Beginn das Wortkonzert D-Moll in der Kanzi in 1943 eines der glückendesten kammer- und kammerischen Stücke von Bach zum Beispiel im Naturgefühl bei den Kindern oder besser Sie werden bis heute, ich glaube die reizvolle Musiker erfüllen Sie werden für Stück heute zum ersten Mal wir setzen mit zwei asylistischen Akkordeons die haben jetzt noch gedruckt hierüber, total fasziniert ein schönes Kind übermacht und Bach Musik 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 Amen. 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 Amen.